Alles klar, jetzt geht's los. 3, 2, 1, muss nicht. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Aufenthalt in diesem Video. Einen Aufenthalt in diesem Video? Ja, genau. Wirkst dir mal die Leinen hier, ey. Wir haben ja keine A-B-G-G. Bitte bewerten Sie diese Folge mit 5 Sternen. Ihren Aufenthalt in dieser Folge mit 5 Sternen. Voll geil, Junge. Erstmal mal ein Flöschschwimmen, Junge. Lukas, gibt's hier auch ein Housekeeping? Gib mal Befehle. Ich werde sterben. Housekeeping. Ich werde nicht sterben. Kampfmesser. Es ist noch gar kein Gegner in der Nähe und Sinning schreit, ich werde sterben. Ich lasse Sinning erstmal vorlaufen mit seinem Messer und dann komme ich mit der Entbefehlung 30. Das macht sicher nicht Sinn. Gute Idee. Wegen Sinning. Ja! Oh mein Gott. Nein. Übrigens, wann kommen wieder die Deutschen? Möchte jemand von euch die Frage beantworten? Wie der sich angeguckt, ob ich einfach rausgerannt bin und putze. Komm mit hier, kleine Futzl. Ich will dich. Da, Futzl. No. Das ist ein APC. Das ist ein APC. Den muss ich abstechen. Ihr Vollhörster. Du Miene. Leute, ich habe hier eine APC vor mir. Und ein Panzer. Oh scheiße. Ach so, Ruh. Ich wollte jetzt ein Panzer. Und vor uns ist auch ein Panzer, Lukas. Das stimmt. Deswegen bin ich elegant ausges- Elegant. Ich werde das nicht überleben, ne? Oh, es sind sogar zwei. Äh, ist uns gerade egal. Doch, ich werde es überleben. Nein, das ist auch ein zweiter Panzer. Leck mich. Du musst hören. Komm mit dem Panzer. Oh shit. Du meinst jetzt noch die Panzerfäusten, ne? Hm. Wir müssen noch mal die Panzerfäusten. Hier. Ich übe schon mal. Stechen. Äh, Sending, da ist einer bei mir. Hier vorne. Fuck, fuck, fuck. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Der ist schneller als ich. Nein, das ist er nicht. Töte ihn doch. Ja, ja. Ja, ich muss ja zwei Heels brauchen. Ne, im Rennen ist er ja schneller. Ich muss ja zustechen, ja? Sending, bringe mir Me-Me-Me-Me-Me-Me-Dick. Me-Me-Mein-Mein APCs. Da kommt eine Granate reingeflogen bei mir. Ja, hier kommen auch Granaten. Wow. Sending. Komm mit Sending. Geil predicted, Junge. Geil predicted. Eingenommen. Fuck, da ist ein Panzer. Ja, das APC haben sie entdeckt. Egal, egal. Boah, Alter, jetzt hat der mich getroffen. Da kommt was. Ah, fuck, ich wollte... Aha, nee, ich hab schon wieder die falschen Soldaten. Hier sind alle tot. Bitte nicht weiterschießen. Ich sterbe! Warte, ich komm jetzt in den Panzer. Ja, safe! Das haben sie anscheinend gefixt. Ah, guck mal! Team besser als Nahkampfsoldat. Bitte was? Nee, die wollten das echt fixen. FANTAI! Dass man aus Fahrzeugen rausspringt, dass man nicht mehr direkt gekillt wird. Ah, okay, cool. Da kommt jetzt sehr bald ein Fix. Ja! Alter Sinning! Ja, deswegen. Das wollte ich halt eben. Auf was Sinn? Wird der Granaten gespammt ohne Ende. PANZER! Ja, ich wollte den schon die erste Zeit killen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Panzer. In 2 Minuten 40. Ernsthaft? Nee, warte mal. In eine Minute irgendwas. Eine Minute 24. Das ist noch perfekt für einmal sterben. Warte mal, da machen wir mal... Der Panzer lebt der Mann. Welchen Soldaten hab ich mir jetzt extra präpariert? Ich glaube, den Medic. Ich wetter ihn. Nein, weg, weg, weg! Meine Güte. Nicht verzagen, Alex fragen. Der Medic ist da. Oh, doch nicht. Kommt wieder am Panzer. Braucht einer von euch Medic? Nein. Noch nicht. Ja, wieder abgestochen. Doppel Bämpe 34 Baller, ey. Lass mich arzt. Du sollst geheilt werden. Ja, ich kann mich selber heilen. Ja, aber ich hab... Jo, da kommt was an. Ich bin schneller. Wird schön. Das fand ich gut. Schieß mal einer! Hapen! Der Galaxa! Schieß mal! Panzer, 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 Panzer! Der tötet sie nicht. Okay, das ist gut. Dann kann ich hier dran laufen. Ja. Zalala! Lukas, du hättest auch hinter dir zur Panzerfaust laufen können. Ja! Anstatt ihn abstechen zu wollen. Hab ich auch. Ach nee, du hast da Klopfklopf dran gemacht. Wir nehmen gerade schon nur zwei ein. Panzerklopfklopf... Ja, ich glaub, ein Schuss wird noch reichen. Komm, haut den letzten Schuss drauf. Da ist noch eine Panzerfaust. Alex, stopp! Drei... Nein, der Typ ist auch außer dem ausgestiegen. Ist er leer? Ja. Ja, ist er. Deswegen meinte ich ja. Schieß drauf. Mach den weg. Ich brauche einen Assist. Thanks, Zinning. Ja, und Headshot. Alles klar. Ach ja... Spray and Pray. Ey, wir haben übrigens Kenny McCormick. Haben wir in unserem Team. Kenny. Der ist zwar scheiße, aber der ist in unserem Trupp. Yo, unser Panzer. Das ist doch ihr Kenny aus South Park. Das ist doch der Nachname davon. McCormick? Weiß nicht. Lukas. Da kommt schon wieder ein Panzer. Panzer! Geil. Aus dem Spawn gleich kommt ein Panzer. Guck mal, 5-1 AKD als Nahkampfsoldat. Ja, das ist voll schlecht. Finde ich auch. Deswegen stehe ich auch noch über, Alex. Ja, ich habe ein Panzer. Uh! Da kommt ein Panzer. Komm in meinen Schätzengram, ich steche dich ab. Wir haben hier ein leichtes Panzer-Problem. Wir haben hier ein leichtes Panzer-Problem. Da bin ich. Hallo! Und jetzt wird gekegelt! Junge! Das ist geil! Nein, ich will nicht sterben! Mann, er hat Jimmy getötet! Oh mein Gott, er hat Sinning getötet! Jimmy! Nein, Sinning! Okay, genau. Wen, Sinning, wen interessiert das? Ginning habe ich da gekühlt, ja. So, ein kompetenten Gunner mal hier dran. Alles klar, so. Das ist ein... Nein! Nein! Ich habe einen kompetenten Fahrer! Ja, er ist kompetent, der kann sogar Lootpings machen. Für die Fans. Für die Fans. Markiere, Truppführer! Achso, stimmt ja, da war ja was. Ah, lol! Schieß, 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 feuer auf! Junge, du bist... Oh, das ist ein ganzer Team! Alter, ey! Gut, dann mache ich das halt, ja. Also erstmal holen wir uns den Panzer, der hier hinten geschossen hat. Meinst du, der ist gecapt? Ne, bestimmt nicht. Ach, daneben! Es reicht wieder nicht! Ja. Äh... Hier, mach mal den Ding ins... Den Jeep. Den... Den Laster. Ich suche gerade einen Panzer, der von hier aus geschossen haben muss, aber nicht mehr hier ist. Lade nach! Lade nach! Ist nicht gut. Jo, ne, jetzt müssen die drehen. Das ist lustig. Sind, glaube ich, alle tot. Aber da war noch einer. Oh, nein! Was machst du? Links, links, links! Feier, feier, feier! Alter! Es ist so geil hier, ey! Was macht die da? Das ist da los, wo es tut! Scheiß drauf! Wir haben die besseren Schützen! Und Scheiße, und Scheiße, und Scheiße! Fahr weiter, fahr weiter! Da liegen sie! Da liegen sie! Links! Was liegt wo? Das... nein, aussteigen! Da liegt... Alter! Und Rückzug! Und Rückzug! Nein! Links, dem wir es bei mir rumliegen! Ich hab doch gesagt, da liegt einer! Oh mein Gott! Boah! Da liegt einer links von uns! Fünf Sekunden! Da liegt einer links von uns! Ja, warte, ich dachte, er wäre schon tot! Wir verlieren O1! Woran merkt man, dass ihr bei einer unterwegs seid? Das wird nur geschrien! Wir sind nicht unterwegs, sondern auf dem Trip, Junge! Ah, witzig, witzig! Sag mal, Alex! Was düppelst du eigentlich da unten bei der Punktzahl so ab? Warte, 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 warte! Ich feiere jetzt Panzer! Ich werde Panzer! Ähm... Abgestochen, Junge! Mach mal wieder einen Punkt, Junge! Und eigentlich habe ich eben gerade einen Slot gesucht, der da hinten... Ah, warte mal, hier haben wir... Rett, 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 rett! Lass mich ernst! Leute, die haben sogar Minen gelegt in O2! Die waren ja fleißig, also S-Minen! Und der Junge markiert schon wieder nicht! Der möchte halt, dass ihr keine Punkte komputen habt! Boah, ich hab echt verlernt, mit dem Lux zu fahren, ne? Ich hab ja nicht gefahren! Ich hab das Gefühl, ich werde hier... Da, da ist einer! Den stech ich ab! Äh, nein! Ja! Ja! Da ist noch einer, den ich abstechen kann! Bleib hier! Ja! Nein! Ich frag mal nicht, was ihr gerade da macht, ne? Abstechen! Ich bin nur zwei! Abstechen! Ha! Ja! Wenn ich das jetzt in den Kill-Support bekomme! Hm! Ich hab genau so viele Kills wie Lukas! Ja! Ich bin auch gerade einfach nur hier am Chillen! Und wünsche mir, dass wir uns mal O1 kämpfen! Ja, ich lauf grad wieder hin mit Marathon-Mann, bin ich ganz schnell da! Und jetzt hast du doch Marathon-Mann genommen! Ja, weil du's gesagt hast! Nein, ich hatte... Achso, stimmt! Ich hatte gesagt Marathon-Mann! Nein! Ja, kriegen wir! Das Problem ist... Ja, kriegen tun wir's! Hier sind wir Quad-Tillionen-Panzer vor der Tür! Sei froh, dass noch Quad-Tillionen sind! Könnten ja auch noch viel mehr sein! Stimmt! Viel mehr als Quad- Gott, dass wir... Okay, die beiden haben mich gerade angegriffen! Ey, was heißt die beiden? Die drei, die vier haben mich gerade angegriffen! Vergiss nicht! Quad-Tillion! Mhm! So, Girls! Ich bin noch zwei! Gott, das riefen viele Panzer haben die denn! Guck mal! Okay, Girl! Ich bin aufm Weg! Hm, Getriebe im Sack! Okay! Nee, schau, Juck! Rad zerstört! Denn, Sinning, denk dran! Guter Rad ist teuer, ne? Oh, Leute! Drei nehmen! Alles klar! Und der Junge markiert schon wieder nicht! Der Junge ist gerade nicht dazu in der Lage! Moment! Ich warte aufm Klo! Oh, da kommt was! Da kommt Fressen! Bitte! Fressen! Nein, ich hab's verfehlt! Traurig! Stecht sie ab! Nee, das wollte ich nicht! Ich wollte nicht abstechen! Ich finde, das ist nicht in meiner Ethik! Zeig mich hier drinnen, Typ! Also, die Deutschen sind tatsächlich nicht! Was mache ich eigentlich mit meinen Punkten hier unten? Finde ich nicht in Ordnung! Ich hab keine Winning mehr! Oh, Scheiße! Dass mir das jetzt erst auffällt! Nein! Jetzt ist hier ein Typ drin! Jetzt ist hier ein Typ drin! Jetzt ist hier ein Typ drin! Jetzt kann niemand schießen! Nein, geh weg! Ähm, beim Spawn ganz viele... Panzer? Ja! Was denn? Mich interessieren gerade nur Panzer, weil eben gerade habe ich keinen gefunden! Dann habe ich sie gefunden und dann waren es auf einmal drei oder vier, die mich angegriffen haben von allen Ecken! Aufpack! 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 Ich werde gleich mal die Line verwechseln, ne? Das gefällt mir hier nicht! Ich habe einen viel zu großen Anreiseweg! Ich habe einen Stuart! Ja, nice! Mit einem wunderschönen Messer erbeutet! Nicht dein Ernst! Ja! Der Fahrer ist halt ausgestiegen! Ey, Alex, das erinnert mich an hier Battlefield Friends! Mit dem Messer mit einem V-Fuß! Ja! Ja! Wer braucht denn schon Schusswaffe? Ich habe einen Messer! Besser V-Fuß und Scope drauf! So, jetzt geht's los! Ach, du Heiland! Ach, du Heiland! Wollen wir wetten, dass der Kollege, der Panzerfahrer, äh, die Karre da gerade was A3-technisch hatte? Oh nein, nicht noch ein Chevy und tschüss! Sag mal, die übertreiben es doch ein bisschen! Ja, der hatte Panzerabwehr, der Kollege! Mh, bist du ein ganz toller! Wer ist denn hier am Panzerspam, hä? Die Deutschen oder die Amis? Beide! Wir recyceln sogar gerade die Panzer von denen! Das ist total toll! Ich überlege, ob ich jetzt auch mal klopf-klopf gehe! Aber das ist es eigentlich nicht wert! Beuze-Panzer! Der Beuze-Panzer! Der Beuze-Panzer! Ah, Sinning ist ja hier! Wir haben keine Karren mehr! Moment! Ähm, Rinning, du bist gerade repariert! Ja, finde ich auch sehr fein! Oh, und ich würde gerne mal deinen Medic haben! Entschuldigung, da fährt gerade ein kleiner Dreckspanzer vorne lang! Das ist lustig! Ja, ich wollte eigentlich mal meine Pose ändern! Meinst du, du willst mal vorfahren? Hm... So, wenn ihr mit Anti-Tank kommt, komme ich auch mit Anti-Tank! Wenn wir nicht vernünftig normal spielen können! Oh f-f-f-fuck's sake! Und aussteigen! Also absteigen! Er guckt natürlich genau in dem Moment in die Richtung! Boah, ist zum Kotzen! Ah, die Rauffahrendung signaliert das hier! Komm, go get him! Go, go, Power Rangers! Oh, Ranger, oh mein Gott! Na! Aufsteigen! Ey, diese... Mechanik manchmal hier beim Fahren, das ist zum Kotzen! Oh, ein Kieselstein! Die Karre muss nicht unbedingt einmal um die komplette eigene Achse drehen! Das ist ganz, ganz wichtig! Ja, erst mal auf den Infanteristen schießen, du Bastard! Junge, das ist richtig asozial! Höhöhöhöhöhöhöhöhöhö Dekokurier? No! Nein! Irgendwas kratzt an meiner Panzer rum! Kratz, kratz! Juckjuck! Juckjuck! Na komm, dann holen wir uns den mal. Das ist ein deutscher geklauter, okay. Mist, die recyceln auch. Ne, 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 warte mal, die haben nicht recycelt. Ist zwar ein, ein Täusch... Manöver. Jetzt hör doch mal auf mit Granaten zu schmeißen, das sind keine Angriffswaffen. Arschloch. Äh, sind die hinter dir. Ich weiß, Alter. Ah, sieht nicht so gut aus für dich. Woher kommen die ganze Zeit diese Kackpanzer? Geschützverschluss, sehr gut. Sicher, dass es für mich nicht so gut aussieht. Bumm. Es ist doch eine gute Genugtuung, wenn am Ende dann zurückgefickt werden kann. Ich brauche auch ein 38T, ne? Mir fällt das gerade auf. Ein Lux ist zwar schön und gut, aber so ein 38T ist schon praktisch. Wollte ich mir auch schon nochmal zulegen, aber keine Zeit. Ja, ich habe den ja schon links freigelevelt, aber ich habe den noch nicht gekauft. Jo, 2-0-3, Jungs. 3-0. 4-0? Hi! Ne, ich habe das hier, oder das hier, oder das hier. Jo, hier ist einer direkt vor mir. Jetzt schießen zwei Bildung-Panzer auf mich. Ach, kaum schon. Naja, ich denke mal, das... Mh, der Kampf gewinnt. Ja, nice. Also, ne? Einmal einen Punkt gegangen, oder weil er direkt gecapped. Ja, easy, ne? Vor allen Dingen, dann war ich auch noch in der Nähe. Das war eigentlich nur genug tun. War eigentlich sehr optimal. Klar. Ja, das ist super gelaufen. Ich hatte mir das Match ein bisschen anders vorgestellt, aber... Ja, was willst du machen? Das gibt 5 Sterne. Schauen wir kurz auf die wunderschöne Tabelle, auf die Rangliste. Jaaaa! 4-stellig! Wo seid ihr denn jetzt? 50 fucking Punkte. Ich bin irgendwo so bei 790. Oh, da ist viel gestorben. Das Ding ist 1-0-0-7. Die zählt, ja. Ja, okay. Da sind wir auch überall. Nee, warte mal, Alex hat noch ein bisschen bessere. Nein! Und ich war Panzerjäger und wurde ein bisschen weggefickt. Ich hatte Messer. Mach du mal bereit. Vielen Dank.